Wenn wir heute 100 schaffen würden... Hello, 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 good morning in the morning! Ja, wir schaffen das. Boah, ich hab' im Wasser. Jetzt brenne ich ein bisschen. Ey, ich muss unbedingt was essen, aber... Warte mal, als ihr gesagt habt, Anka ist gezogen, habt ihr da gesagt, Anka ist gezogen? Ich brenne, ich brenne! Ja! Ich brenne, ich brenne! Boah, ja, aber das stimmt mich doch nicht an, Mazat! Der Anka ist nicht gezogen, ich versuche hinterher zu schwimmen! Maluna, hast du den Anka eingezogen, als sie den schon runtergelassen hatten? Nein! Der Sprühe ruht sich jetzt. Mauer so careful auf Sorote. Soros, pecker werden. Really? Höh, höh, höh! WTF? Kannst du jetzt einmal ehrlich? Ja? Was bist du? Camouflager. Ich mag das. Ey, nice! Danke! WTF? WTF? Oh mein Gott! Ey, Franzi! Aber nice, dass du so ehrlich bist! Ede, Franzi! Du bist so breit wie Matteo! Wie sieht Matteo's Charakter aus? Ich hab' die Pistole hingehen! Ja, ich hab' alle! Ich hab' die Pistole hingehen! Ja, ich hab' die Pistole hingehen! Sorry! Sorry! Ich hab' die Pistole hingehen! Ich hab' die Pistole! Ich hab' die Pistole! Ich hab' die Pistole! Ich hab' die Pistole hingehen! Vielleicht, vielleicht sind die Stacheln ja gut zu irgendwas! Aber ich... Wieso trinke ich die ganze Zeit aus dem leeren Glas? Das reicht jetzt! Dann haben wir noch ein Tütchen mit... Come in! Das ist sonst mein Suchbegriff auf... Auf anderen Plattformen! Aber... Come in! Brauchen bald nen Anker! Voll! Äh, ja! Sagt Bescheid dann! Oha! Linda! Linda! Wo kommst denn du her? Ist doch Heavy-R, glaub ich! Ich geh' rüber! Du kannst, äh, sneakern! Okay, wir sind dabei! There they are! Onside! Links! Hinten! Three gone! Okay, da war dann... Okay! Ich hab' die Strecked-Pistole! Da war dann fast das insaneste Ace meines Lebens! Das hat halt geklappt! Äh, ja! Treasurer... Oh man, manchmal denke ich wirklich selber! Glaub mir! Ich bin... Ihr müsst nicht sagen! Manchmal merke ich selber! Ich hab' sie nur gefaked! Ey, bitte, bitte! Lass Vlesk... Kein Imposter sein! Ey, Vlesk hat mich grad gekitzelt in der Runde! Ey, du glaubst aber auch nicht, was ich... Wenn ich so 5000 Stunden an dir rumdippe, dann will ich dir irgendwas zeigen! Ja, okay! Ja, okay! In die Rumdippe? Ja, okay! Aber... Was willst du mir denn zeigen, Lass? Was willst du mir zeigen? Ja, ne! Ich zeig dir das jetzt, Lass! Der hat mich erased! Der hat mich erased! Oder geschiftet! War er Shifter? Ja! 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 Oh, das ist aber n bisschen sauer! Oh-Oh! Sehr gut! Ja! Aber sauer macht Luftseg, ne? He-He-He! He-He! Halter Maul, Niklas! Ich blinzelt, jetzt hätte mich jemand töten können! Okay, ich darf nicht blinzeln! Die Leute sehen er per me meinen Namen! Aber das ist nicht schlimm! Nicht blinzeln! Nicht blinzeln! Scheiße, ich hab geblinzelt! Nicht blinzeln! Nein! Ich hab's nicht geschafft zu klicken! Ich voll Idiot! aaaaah!! Ah, guckt nicht, der guckt nicht. Oh, da kommt eins richtig... Okay, und jetzt wieder geradeaus stop... Oh! Oh! Der hat mich hier runtergebrochen! Damage taken. Ja, okay, das wär actually interesting. Hast du halt recht. Damage taken. Ich bin Tank! Ich bin Tank! Look at me! Look at me! I am Tank! TRIBALOSKI Close, 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 close! Er ist oben auf der Kiste. Oh! Teleporter an! Nice! Relativ lange in dem... Wisst ihr, wofür der Ring hier ist? Das ist ein Cockring. Oh! Oh, oh! Was, was, war das schon immer so? ich habe euch gelöscht ihr genau holt das zeug hier rein brennt oben noch wir kriegen ja ja durchaus bis jetzt bin ich sogar noch relativ clean unterwegs wo scheiß das können wir hinten losgehen hier warum dreht er sich so ey fucking dreck shit gerade noch gesagt ich habe keine sauerei gemacht bis jetzt ach scheiß drauf ich glaube dadurch auch lauf da nicht durch mein gott alter das fies hallo mein name ist christian und ich bin der leidtragende von basis toxicity danke